Die Holsträter GmbH aus dem Westfälischen Hamm bietet meisterliches Handwerk und ideenreiches Design. Seit über 50 Jahren baut das Unternehmen Bäder und Heizungen. Die Geschäftsführer Horst und Wilhelm Holsträter leiten ein engagiertes Team und stehen mit ihrer Kompetenz den Kunden auch persönlich zur Verfügung. Sanitär, Installateur und Klempnermeister Friedhelm Holsträter stellt das Unternehmen vor. Wir sind ein Unternehmen, wir haben eine eigene Ausstellung, wo wir auch drin beraten. Wir haben bei uns in der Ausstellung ein Behindertenbad eingerichtet, das also mit einem Rollstuhl befahren werden kann, wo alles das, was man so braucht im Badezimmer, auch genutzt werden kann. Das Thema Behindertenbäder ist deswegen aktuell, weil mittlerweile jedes dritte Bad, was wir bauen, planen und herstellen, also behindertengerecht ist. Es gibt heute in der heutigen Gesellschaft unheimlich viele ältere Menschen, die also körperlich so stark beeinträchtigt sind, dass sie mit einem normalen Badezimmer, wie wir es mal vor 30 Jahren gebaut haben, nicht mehr klarkommen. Also wir bauen die Bäder als Komplettbäder. Wir haben bei uns in unserer Firma alle Gewerke, einschließlich Fliesenleger, vereint. Wir geben einen Zeitrahmen vor. Wir können das auch zu einem Festpreis machen, damit der Kunde nicht Angst hat, dass es vielleicht teurer wird. Und wir geben eine Zeit bei einem normalen Badezimmer von circa drei Wochen vor. Also montags morgens anfangen, rausbauen, wegmachen, Leitungen legen, Fliesen legen, Lackspanden oder Holzdecker reinmachen und die Einrichtung einbauen. Circa drei Wochen sind wir fertig. Als gesamten Mitarbeiter sind bei uns 15 Monteure und ein paar Auszubildende. Dann haben wir im Büro noch zwei Mitarbeiter, die den Kunden beraten. Aber wir sind in der Beziehung eigentlich schon ziemlich schlagkräftig aufgebaut. Horst Holsträter, Zentralheizungs- und Lüftungsbaumeister, klärt über das Angebot im Segment Heizung auf. Die Firma Holsträter bietet an, dass wir von dem alten Prinzip her Ölheizungen bauen, Ölbrennwertheizungen, Gasheizungen, Gasbrennwertheizungen, Erdwärmepumpen, Warmwasserwärmepumpen. Ja, das ganze Konzept, was wir haben. Auch hinterher bei der Flächenheizung. Wir haben Wärmepumpen, die wir draußen auf 1,10 bis 1,20 Meter, dass wir einfach die Wärme aus der Erde rausholen. Bei einer Flächenheizung ist das circa 1,20 bis 1,50 Meter Tiefe. Dort werden Rohleitungen verlegt. Oder man nimmt eine Wärmepumpe, da bohrt man circa 80 bis 90 Meter Rohre in die Erde rein und holt von unten die Wärme raus. Und sonst, was wir haben, das ist unsere normale Ölbrennwertheizung. Da arbeiten wir mit namhaften Herstellern zusammen. Oder eben halt Gasbrennwertheizungen, auch mit namhaften Herstellern. Bei den Gasbrennwertheizungen arbeiten wir mit der Firma Giersch und mit der Firma Junkers zusammen, wo wir schon fast, die Firma Holsträter seit 60 Jahren Kontakt zu der Firma Junkers hat. Wir kommen zu Ihnen hin, besprechen das mit dem Endkunden. Der Kunde führt in sein Haus rein und wir machen ihm Vorschläge, was er dort machen könnte. Ob er eine Ölbrennwertheizung oder eine Gasbrennwertheizung bekommt, das muss entschieden werden, weil wir ja nicht wissen, was im Haus jetzt vorhanden ist. Somit können wir dann dem Kunden ein Angebot erstellen, dass er irgendeine Heizungsanlage reinbekommt. Wozu gehört, dass wir auch den Kamin ausziehen müssen, dass vielleicht neue Heizungspumpen eingebaut werden müssen, die energiesparen sind. Da gibt es heute Pumpen, die haben eine Energiesparung von ca. 80% vom Stromverbrauch her. Dann müssen wir die Heizkörperthermostatventile überprüfen, dass vielleicht neue Heizkörperthermostatventile mit Voreinstellung eingebaut werden. Das ist auch sehr energiesparend bis ca. 15%. Aber das muss man dann vor Ort auskundschaften, was man da für ein Fabrikat und was man dort einbaut. Bei einer Brennwerthanlage ist egal, ob Öl oder Gas, man baut auch auf den Dächern Solarzellen auf. Die können Sie einmal normal nur für das Brauchwasser nehmen oder mit Unterstützung für die Heizung. Oder man nimmt einfach eine Luftwärmepumpe, die man in den Keller neben den vorhandenen Heizungskesseln stellt, die Warmwasserbeleitung abklemmt und nur über eine Luftwärmepumpe das Warmwasser erzeugt. Ja, wenn Sie Interesse an unseren Leistungen haben, können Sie gerne unsere Firma in Anspruch nehmen. Unsere Internetadresse ist www.holzsträter.de www.holzsträmmepumpe.de www.holzsträmmepumpe.de